Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein kleiner Stern. Was machst du denn hier? Das ist ja dein abgebrochener Zacken. Jetzt habe ich meinen eigenen Stern. Einen richtigen Zauberstern. Ist der Tornado hier durchs Zimmer geflogen? Unsere Tochter. Nee. Ich bin nicht. Ja, fliegen! Ich glaube, ich träume. Ich sage dir, fliegen ist einfach das Schönste auf der Welt. Stern? Kleiner Stern! Mama, können Sterne traurig sein? Wenn sie sich einsam fühlen und weit weg von zu Hause sind? Ich muss den kleinen Stern nach Hause bringen. Nach Hause? Das magische Kinoabenteuer für die ganze Familie. Lauras Stern. Das war super. Ich bin selber. Untertitelung des ZDF, 2020